eine tür irgendwie ist mir die keller ich wusste doch ok 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 ... ... ... ... ... ... ... Oh, ist das mies, ey. Oh, ist das fies, ey. Erstmal rein hier, erstmal chillen. Ruhig, Prauner, ruhig. So, erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Oh, das war eine miese Szene, ey. Ich will ja nicht wissen, was hinter dieser Tür ist, wenn ich diese Geräusche höre. Okay, doch, Tabletten haben wir. Außer dir rein, Junge. Okay, wir fangen langsam an uns hier ein bisschen zu beruhigen. Äh, was haben wir denn? Ah, wir haben die Kurbel. Ähm, lass uns doch mal hier in den Kreuzraum gehen. Äh, wo waren wir denn da mal? Ja, hier nebenan, an dem Spiegel. Warte. Ja, das war. Ja, das war. Also, ich weiß nicht, dass wir das gar nicht verliehen. Ja, ich weiß nicht. Oh, das war nicht. Ja, ich weiß nicht. Nichts. Ich weiß nicht. Musik ist wieder grauenhaft. So, Körbel. Die Frage ist, was haben wir jetzt davon? Was passiert jetzt? Ist er denn hoch? Ah, okay. Okay, das Messer. Hm. Hm. Das Messer. Das eine Messer, was gefehlt hat. George. Ach du Scheiße. Ach, die Penner, ey. Die sind wieder da liegt. Scheiße. Ah, Mann, Mann, Mann. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt... George war... Oh, ein George. George vom Arbeitszimmer. Hm. Okay. Also müssen wir nach oben. Ach, ich hätte ja oben lang gehen können. Naja. Okay. Okay. ins Loch springen können. Okay. Wahrscheinlich muss ich das auch. Okay. Okay. Oh, na gut. Nein. So. Sorry für den kleinen Umweg. Loser. Oh, oh, oh. Plumse. Genau. So. Oh. Oh, oh, oh. Plumse. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Plumse. Oh, 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 oh. Rennen zum Klolloch. Hopp, 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 hopp. Gequassel. Funktioniert nicht. Jetzt funktioniert es. Und nach oben. Stimmt. Das ist so schön. Was für ein Scheiß? Was hat sie getan? Der große Mann braucht zu schlafen! By the way, Sie haben das gleiche, schlafen, schlafen, für Monate jetzt. Ich habe ein paar reale Nachrichten für Sie. Oh, ja? Was ist das, du wot? Du sitzt mit mir, nicht du? Ich denke, wenn du etwas Nachrichten hast, ich würde es mit dir gehört. Ja, genau! Du schlafen 16 Stunden pro Tag! Meine Sourcen schlafen mir ein gutes Zeichen. Ihre Sourcen ist meine Scheiß. Du sprachst über die Brüme. Du kannst die Brüme nicht vertrauen, ich sage dir. Oh, stopp mit dem Weinen, big guy! Lass uns über die Nachrichten hören! Ich habe gehört, in Saddle up, es ist große Nachrichten. Ich habe gehört, dass die alte Frau ihren Mann in kaltem Blut Nicht nur das, ich habe einen sehr überraschend. Und dass er tot sitzt in seinem Studium. Wie verrückt ist das? Was für eine verkackte Freakshow, ey. Also so eine Scheiße hoch. Wer häschelt hier so? Oh ho 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 ho! Oh ho 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 ho! Na? Alles gut? Okay, ja, er nimmt ein Drapida ab. Warum ist hier alles so fucking duster? Oh Gott. Und er dreht ab. Er dreht richtig ab jetzt. Er dreht ab. Oh, Georgie. Ich sag's hier. Wart'n Tag, Alter. Wart'n Tag. Aber komm, wem erzähl ich's. Oh. So. Die Mucke ist schon finster. Ja, voll zerklass. Ja. Ja, ich würd doch einfach nur gerne Tabletten in meine Hand nehmen. Gut. Ich schmeiß es weg. Gib mir Tabletten. Nein. Ich sagte, gib mir Tabletten. So. Ein Messer scheint zu... Mein Messer scheint zu fehlen. Oh, nee. Oder? Oh, nee. Ich zeig's denn bitte nicht noch so explizit. Ach, komm, Alter. Oh, Georgie hat einen Schlüssel fallen lassen. Was ist das für ein Key, mein Freund? Ich liebe dich. Scheiße, Alter. Kleiner Schlüssel. Ah, äh. Hier. Warte mal. Hier. Hier. Tür. Hier ist doch Tür. Scheiße. Das sieht jetzt wirklich der Strom aus. Oder was? Mann. Ich doch. Ach, macht das Scheiße. Lauter schöne Infusionsbeutel. Hm, schön. Hier kann ich nicht hingucken. Kamera. Na? Okay, eine Wolke. Und eine Kassette. Dolores. Okay. Okay. Okay, also wir haben jetzt drei von diesen Mobiliar Anhängern. Ein Fusionsbeutel, keine Ahnung wofür. Das heißt, die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Äh... Was haben wir jetzt noch? Was haben wir jetzt noch? Wo gehen wir jetzt hin? Ah! George? George? Er sitzt und hast mir besser gefallen. George? Er hat sich nicht. Heißt! George? Hey! Nee! 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 Ja! Oh, Feuerzeug, Feuerzeug, Feuerzeug. Doji. Okay. Das ist jetzt wirklich sehr unerwartet. Oh, scheiße, ey. Weg ist er. Spuckt der jetzt hier auch noch mit rum? Ah ja, nicht jetzt hier zu viel rum? Oh, nee, oder? So, die Frage ist... Wohin jetzt? Wohin jetzt? Man könnte das einhängen. Ach, so, okay. Gut, wir probieren das Rätsel nochmal. Oh, diese blöde Teller-Rätsel. Jetzt muss ich wahrscheinlich aber auch... Oh, ist hier nirgends wohl Licht jetzt mehr. Hoppi, hoppi, hoppi. Hoppi, hoppi. Du lass hier Zeit. Du musst dich nicht speilen. Machst die Hand in Ruhe. Ne? So. So, hier hab ich ja nur festgestellt, dass dieser Kopf falsch rum ist. Wie man ja jetzt super sehen kann. Irgendwie. Äh... Tja, scheinbar ist das... Äh... Vielleicht ist das ja egal, irgendwie. Ob der hier spiegelt es oder nicht. Wir drehen es jetzt alle ineinander. Und dann... Schauen wir mal. Also müssten wir den jetzt hier nochmal drehen. Hallo? Ja. Was ist denn jetzt los? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Die scheiß Tür ist weg. Oh Mann, wieso? Was soll denn jetzt? Was soll denn jetzt? Warum? Oh, nee. Oh, nee. Oh, was ist da? Ist da ein Kind drunter? Oder wie sieht das so atmend aus? Bewegt sich? Oh, was... Oh, ist das endlich? Ich brauch beide Hände. Natürlich brauch ich beide Hände. Oh, was ist das? oh die scheiße ist okay wir haben jetzt anscheinend baby phone so tür ist wieder da so ich würde sagen wir jetzt erstmal kurz in den keller runter und schalten den strom wieder an brichtung ist jetzt im lager rum so so okay okay jetzt wir nehmen uns ein voller vor jetzt einfach mal was sagen abhüllen und dann holen wir uns den hammer wieder oder 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 sehr schön karte so hava warum 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 auch menno das scheiße also jetzt erst mal wieder hoch frage mich endlich mal persönlich mit diesen bad glücklich setzend damit auf sich hat ich würde mal sagen wir gehen hoch ins schlafzimmer weil da war ja die station für bb von ich hätte die alte davon schon hier ist die station dafür entscheiden wir mal ein ok hier ja hier hier eine basis station ich war noch hier im bad hier drin hier 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 hier